Die haarsträubenden Fälle des Philipp Maloney. Der Händler. Die ersten Tage des neuen Jahres lagen unter einer schmutzigen Schneedecke begraben. Und die Leute auf den Straßen sahen so aus, als hätten sie schon alle guten Vorsätze wieder vergessen. Von den Plakatwänden blickten die Augen von ein paar Idioten, die es nicht lassen konnten und nach einem politischen Amt strebten. In dem Einkaufszentrum, in dem ich mein neuer Klient erwartete, irrten ein paar Familien umher. Vermutlich suchten sie seit dem Vorweihnachtstag vergeblich nach einem Ausgang. Mein Klient saß in einer orangen Plastikschale, die man mit viel gutem Willen eine Sitzgelegenheit nennen konnte. Ist es nicht faszinierend, den Menschen beim Einkaufen zuzusehen? Wussten Sie, dass der Handel den Beginn unserer Zivilisation einleitete? Nein. Ich dachte immer, dass unsere Zivilisation durch Mord und Totschlag begann. Kein guter Scherz, Maloney. Zynismus ist hier fehl am Platz. Ich habe Ihnen schon am Telefon gesagt, dass ich mit dem Mord nichts zu tun habe. Ich habe heute Morgen meinen alten Freund Jirschi Gruth besucht. Ich habe manchmal mit ihm kleine Geschäfte gemacht. Was für Geschäfte? Das spielt keine Rolle. Ich habe ihn, wie gesagt, besucht. Er sah fürchterlich aus, hatte Grippe. Er konnte kaum stehen. Er bat mich, für ihn in der Apotheke ein paar Medikamente zu holen. Das machte ich auch. Als ich zurückkam, war er tot. Haben Sie die Tür offen gelassen und der arme Kerl ist dann durch Zug gestorben? Die Türe war tatsächlich offen, aber Jirschi starb nicht an Zugluft. Er starb an einem Messer, das ziemlich tief in seinem Brustkorb steckte. Üble Sache. Sie haben natürlich sofort die Polizei verständigt. Nein. Ich bin abgehauen. Deshalb möchte ich ja, dass Sie sich um den Fall kümmern. Ich beseitige keine Spuren, wenn Sie das meinen. Ich möchte, dass Sie den Mörder finden, damit die Polizei nicht hinter mir herjagt. Man hat mich gesehen, als ich das Haus verließ. Zwei Frauen kamen mir entgegen und in Jirschis Wohnung sind meine Fingerabdrücke. Naja, immerhin hat es keine Abdrücke auf der Tatwaffe. Da bin ich mir nicht so sicher. Was soll denn das wieder heißen? Jirschi bot mir ein Stück Brot an. Er hatte aber keine Kraft, um es abzuschneiden. Ich tat es selber. Und wenn ich mich nicht täusche, mit jenem Messer, das wenig später in Jirschis Brustkorb steckte. Ich gratulierte mir im Stillen zu diesem großartigen Fall und machte meinen Klienten darauf aufmerksam, dass er sich besser einen guten Anwalt besorgen sollte. Er schüttelte nur den Kopf, übergab mir einen Zettel, auf dem die Adresse des Toten stand, sowie eine Visitenkarte, auf dem sein Name stand. Der Mann hieß Wolf. Bei der Übergabe fiel mir auf, dass an seiner linken Hand der Mittelfinger fehlte. Zu guter Letzt drückte er mir auch noch diskret einen Tausender in die Hand. Das war immerhin etwas. Ich machte mich auf den Weg zum Tatort und traf dort auf einen Mann, der sich auch dieses Jahr wieder mit Mühe und Not über die Feiertage geschmuggelt hatte.